Ideen präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie immer direkt auch durch das Webinar mit ein paar meiner Ideen bei der Betrachtung der entsprechenden Märkte. Diejenigen von Ihnen, die sich immer dieses Video auch anschauen, vielleicht auch im Nachgang, ich möchte ganz kurz mal zeigen, wo Sie den Blog direkt auch finden. Das heißt, wenn Sie ihn nicht hier auf der Facebook-Seite zum Anklicken sehen, dann schauen Sie einfach mal bei Tickmill vorbei im Expertenblog. Sehen Sie jeden Morgen meine entsprechenden Analysen. Heute die Handelsideen vom 18. April mit den Themen britisches Fund, Euro, polnischer Slotty und britisches Fund, japanischer Yen. Also diese Dinge hier für Sie in der Vorbereitung und natürlich darf das Ganze nicht fehlen, bevor wir hier in das Detail gehen. Der Risikohinweis und zwar der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das zum Risikohinweis. Den bitte ich an dieser Stelle natürlich auch zur Kenntnis zu nehmen. Wie sieht es aus mit der Nachrichtenlage für den heutigen Handelstag? Nachrichten sind wichtig, liebe Zuschauer, weil diese Nachrichten können einfach die Preise unvorhergesehen bewegen. Deshalb ist es wichtig, gerade auch im kurzfristigen Handeln in der Marktvorbereitung auf wichtige Nachrichten des Handelstages zu schauen. Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist immer wieder der Tag der rohe Lagerbestände. Sie sehen es auch hier mit dieser 16.30 Uhr gekennzeichneten Zeile. Da gibt es die rohe Lagerbestände. Der Markt geht hier von einem leichten Rückgang des Öls auf. Bevor der Nachmittag startet, bekommen wir allerdings am Vormittag um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex für die Eurozone genannt. Die Prognose ist hier stabil geblieben. Es wird mit einem Wert von 1,4 Prozent gerechnet. Was gibt es noch? Es gibt noch ein bisschen was um diesen Verbraucherpreisindex drumherum. Die Uhrzeiten hier in der Eurozone sind dann das gleiche. Dann gibt es heute um 12 Uhr das Treffen der Eurogruppe. Die genauen Themen habe ich jetzt nicht recherchiert, aber wir wissen auch Nachrichten um. Diese Treffen können immer wieder kursbewegend sein. Aus diesem Grund wird das Thema heute möglicherweise auch eine gewisse Rolle spielen. Und dann ein wichtiger Termin heute Abend nach Börsenschluss in Deutschland. Und zwar um 20 Uhr aus den USA gibt es den Konjunkturbericht, das Biespuck. Das sind wichtige Nachrichten über die konjunkturelle Entwicklung in den USA. Von der Seite hier Augen auf. Was dort gesagt wird, das kann durchaus die Märkte auch bewegen. Die Reaktion aus den Märkten in Übersee, also im asiatischen Bereich und auch hier bei uns in Europa, die wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit am morgigen Donnerstag auch folgen. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir an dieser Stelle live auch einmal in die Charts hinein. Wie schon gesagt, im Blogbeitrag haben Sie ja auch gesehen, es ist vorbereitet, britisches Fund. Sie sehen die Handelsideen im Blogbeitrag auch immer etwas beschrieben, wo die wichtigen Werte herkommen. Und ich bin neulich gefragt worden, Mensch, was bedeuten denn diese andersfarbigen Linien, die hier eingezeichnet sind? Und diese leicht magentafarbenen Linien, das sind die, die ich aus der kleineren Zeiteinheit herausziehe, die ich dann im Chart auch verorte, die man hier im Tagesschart nicht so sieht. Aber dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Zeiteinheiten ist halt wichtig. Da können gerade kurzfristige Trader wichtige Unterstützungslinien oder Widerstandslinien auch herausfinden. Und aus diesem Grund markiere ich die in den Charts immer etwas andersfarbig, damit man sieht, die kommen aus einer anderen Zeiteinheit. Das erkläre ich aber auch immer in den entsprechenden Webinaren an dieser Stelle auch für Sie. Also hier das nur kurz zur Information. Und ich würde vorschlagen, der Chart vom Great Britain Pound, Japanese Yen, ist gerade auch geöffnet. Das heißt, wir schauen einfach einmal in diesen Chart hinein. Und ja, schauen einfach mal, was der Markt hier in diesem Bereich machen kann. Sie sehen den aktuellen Trendverlauf im Chart. Wir haben hier über dieses Währungspaar ja schon einige Male gesprochen. Wir haben hier sehr schön diesen Aufwärtstrend, der hier schön nach oben gelaufen ist. Er hat den Abwärtstrend hier, diesen, ich zeichne Ihnen das am besten auch vielleicht gleich mal ein. Also das war jetzt im Endeffekt der vorhergehende Abwärtstrend gewesen. Der ist entsprechend auch gebrochen worden. Das sehen wir ja, weil dieser Trend über diese Marke hier drüber gelaufen ist. Also an dieser Stelle hier ist der Markt gebrochen worden. Und untergeordnet hat sich hier sehr schön ein Aufwärtstrend gebildet, dessen letzte starke Bewegung massiv nach oben gelaufen ist, ohne großartige Korrekturen. Wir sehen das ja hier im Vorfeld. Da gab es auch immer mal ein paar Tage Korrekturen nach so einem Anstieg. Hier hatten wir nichts dergleichen. Hier gab es mal einen Tag, der sich etwas seitwärts bewegt hat. Und danach ging es gleich wieder nach oben. Das heißt wirklich sehr, sehr starke Performance hier in diesem Bereich auch im Markt gewesen. Und jetzt sind wir in einem Level angekommen. Hier am, wann war der Handelstag? Am 13. April sind wir das erste Mal in diesem Widerstandsbereich um die 153,8 hinein gelaufen. Und wir sehen momentan, der Markt läuft immer mal hier oben rein und wird dann wieder etwas nach unten abverkauft. Das heißt, wir haben hier schon einen Widerstand, der eine gewisse Relevanz im Markt hat. Aber nichtsdestotrotz, diese Linie ist eine schöne Linie. Warum? Ganz klar, hier gibt es zwei Szenarien. Entweder der Markt schiebt nach oben. Das ist Szenario 1. Dann liegen hier die nächsten Widerstände auch relativ eng beieinander. Sie wissen, das kann immer ordentlich Bewegung bringen. Das heißt, wir haben die Widerstände hier um die Bereiche von 1,54,2,4, 1,54,7,3 und die nächsten dann hier oben auch ganz nah zusammen in dem Bereich zwischen 1,55,3 und 1,56. In diesem Bereich liegen einige dieser Widerstandslinien. Ich habe Ihnen das hier eingezeichnet, diese Bereiche. Die sind wichtig. Die können auch relativ schnell angelaufen werden, wenn es hier zu ordentlich Dynamik kommt, nach oben hin. Das ist die eine Seite, das Szenario auf der oberen Seite. Das Szenario auf der unteren Seite, ganz klar, es kann natürlich auch passieren, dass diese Seitwärtsbewegung, man bezeichnet das auch gerne als Korrektur über die Zeit, hier geht es also nicht über die Preistiefe in die Korrektur, sondern über die Zeit etwas seitwärts, hat sich hier auch eine gewisse Trading Range gebildet. Es kann natürlich auch passieren, dass der Markt hier nach unten läuft. Das heißt, diese Seitwärtsbewegung beendet und doch noch etwas tiefer korrigiert. Das kann ohne weiteres passieren, ohne das große Gesamtbild hier zu zerstören. Dann heißt es natürlich hinschauen, wer kurzfristig agiert, kann dann natürlich hier auch die Korrektur nach unten hin etwas traden. Da macht zum Beispiel auch der Blick in den Stundenchart in meinen Augen Sinn. Da sollten wir dann natürlich Abwärtstrendenzen sehen. Das heißt, wir haben es ja hier gesehen, der Markt ist hier oben reingelaufen, hat dann einen Abwärtstrand gebildet. Das lässt sich dann natürlich über die kleinen Zeiteinheiten im 5-Minuten-Bereich beispielsweise auch relativ gut traden. Und dann hier von der oberen Range-Seite auf die untere Range-Seite diese Dinge. Jetzt sind wir wieder nahe der Range auch angekommen. Also ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Diejenigen von Ihnen, die sowas kennen, Fokus auf solche Bewegungen. Und dann ist im Endeffekt die entsprechende Handelsidee schon da. Und dann entsprechend durch Ihre Signale auch tradbar auf alle Fälle. Das also für das kurzfristige Trading könnte das dann nach unten gehen, um hier im Gesamtbild etwas Korrektur zu machen. Und das wäre auch vom Prinzip her eine Situation, die auch nicht weiter schlimm wäre. Weil wenn wir uns nochmal den Tag anschauen, der Tag ist wirklich schön aufwärts gerichtet hier in diesem Bild und ist halt weit gelaufen. Und es kann auch dazu kommen, dass die Korrektur in dem Bereich von 50% nach unten geht. Und wenn wir da mal die entsprechende Bewegung von hier messen, einfach mal zu sehen, wo ist denn die 50%-Marke. Schauen Sie, wir sind hier oben in diesen ganz, ganz kleinen Bereich. Das heißt, es ist momentan eher eine Seitwärtsbewegung. Die Korrektur kann ohne Probleme auch bis in diesen Bereich hier unten laufen, in den 50%-Bereich rein, um die 149,7. Also beziehungsweise entschuldigen Sie, die Zahl kann ich noch richtig sagen. Also die 50%-Marke wäre hier bei 149,326 in diesem Fall. Also hier ist noch einiges an Bewegung auch nach unten möglich, wenn wir hier eine tiefe Korrektur bekommen. Beide Szenarien natürlich immer spielbar, was der Markt auch daraus macht. Schauen wir auf das nächste Währungspaar. Auch wieder ein Währungspaar, das nicht ganz so oft in den Fokus vieler Anleger beziehungsweise Akteure im Währungsmarkt liegt. Und zwar habe ich hier für Sie vorbereitet einen Blick auf das Währungspaar Euro-Polnischer Slotty. Also eher eine Nebenwährung, aber auch in Nebenwährungen kommt es hin und wieder zu interessanten Entwicklungen. Und hier ist der Markt auch schön weit am Ansteigen begriffen. Was habe ich hier als Hauptfokus drinnen? Schauen Sie, hier habe ich einmal im großen Bild einen Trend eingezeichnet. Der hat den Abwärtstrend in dem vorhergehenden gebrochen. Das heißt, hier lief der Markt nach unten, hat schön nach unten trendiert. Dann gab es eine starke Bewegung, die diesen Trend gebrochen hat, eine Korrektur. Hier ist der Aufwärtstrend entstanden. Und jetzt ist der Markt sehr, sehr, sehr tief unten reingelaufen und hat im Endeffekt jetzt hier gestern, diese rote Kerze, dieser rote Pfeil markiert, die entsprechende Kerze, hat hier entsprechend gestern ein erstes Umkehrsignal in einer ganz, ganz tiefen Korrektur geliefert. Und Sie wissen, es ist ja genial, wenn sich so eine Bewegung dann fortsetzt. Schauen Sie mal, was wir hier oben hin bis oben hin an Potenzial haben, den Markt nach oben hin zu kaufen. Das heißt, wenn es hier wieder zur Stärke kommt, dann haben wir wahnsinnig Potenzial auf der Oberseite. Und das ist genau der Hintergrund dieser Idee, was wir hier machen. Und da blicke ich mit Ihnen einfach mal in den Stundenchart hinein, weil ich hatte im Blog auch geschrieben, diese Kerze muss natürlich bestätigt werden. Und so eine Bestätigung funktioniert sehr, sehr gut, beispielsweise über die Trendverläufe der unteren Zeiteinheit. Und das machen wir einfach mal. Schauen Sie, hier sind die letzten Bewegungs- und Korrekturarme des Abwärtstrends einmal eingezeichnet. Hier ist der Abwärtstrend gebrochen worden. Wir haben hier untergeordnet einen eingezeichneten Aufwärtstrend im Markt schon. Der hat jetzt über die Nacht so ein Korrekturmuster, beziehungsweise über die Nacht sage ich schon, über den gestrigen Abend und die Nacht ein schönes Korrekturmuster. Entsprechend auch gemacht in Form eines solches Keiles hier. Das ist interessant. Er bricht jetzt nach oben aus. Sie sehen, hier oben setzt sich der untergeordnete Trend auch fort. Das heißt, wir bekommen hier momentan die Marktdynamik nach oben. Und das spricht in irgendeiner Art und Weise aus momentaner Sicht dafür, dass dieses Signal auch bestätigt wird. Wenn dieser Trend sich hier nach oben fortsetzt, dann schauen wir auch auf die Hochs, die Korrekturhochs des vorangegangenen Abwärtstrends. Und da haben wir die nächsten, die wir hier sehen, um die Marken von 4,168. Hier oben haben wir die 4,178 und an dieser Stelle hier die 4,189 in diesem Bereich auch liegen. Also es ist einiges auf der Oberseite zu holen. Wenn der Markt hier ein positives Szenario hat, ist hier ordentlich Fleisch am Knochen dran, was wir dann entsprechend für Handelsideen auch nutzen können. Das heißt hier Stunde in Tag, interessante Geschichte. Wer den Aufwärtstrend in der Stunde handeln mag, super klasse. Im Intraday-Bereich aus den Kleinzeilen in die Stunde hinein lässt sich alles wunderbar aus den Charts heraus lesen. Und damit wechseln wir zum dritten Währungspaar, was ich Ihnen heute im Fokus mitgebracht habe. Und zwar ist es das Cable, Great Britain Pound, US Dollar. Ich ziehe es direkt auch in den Chart hinein. Kleinen Augenblick, ich muss es nur raussuchen. So, kleinen Augenblick, es müsste eigentlich ganz oben mit drin stehen. Hier haben wir es. Hier, britischer Fund im Tagesschart. Hochinteressante Geschichte. Oh, jetzt kriegen wir sogar die Bestätigung schon. Sie sehen die Vorbereitung, diese Kerze hier oben. Wir hatten einen schönen Trend nach oben aufwärts gerichtet. Auch das Cable hatten wir ja schon das ein oder andere Mal besprochen. Zielbereich hier oben, der Bewegung ist erst mal erreicht. Der letzte Hochpunkt, den wir hier im Januar gehabt haben, ist überschritten worden. Der Markt ist hier gestern definitiv auch drüber gelaufen und hat dann komplett abverkauft. Das, was wir jetzt hier sehen, ist die einsetzende Korrektur. Das heißt, es ist hier durchaus möglich, den Korrekturhandel in den kleinen Zeiteinheiten auch zu betreiben. Wichtig ist, dass diese Kerze eine Bestätigung findet, weil wir sind hier im Aufwärtstrend. Nur diese Kerze zeigt uns an, hey, es könnte doch durchaus sein, dass der Markt hier nach unten läuft. Aber immer auf Bestätigung warten. Sie sehen es anhand dieser andersfarbig markierten Felder. Ich war hier auch ein bisschen im Stundenchart Wildern und habe hier bestimmte Marken aus dem Chart auch rausgesucht. Und wir sehen hier die Bestätigung, die kommt in momentaner Form auch. Das heißt, wir laufen hier auch schon in Richtung der ersten Unterstützung hier im Chart hinein. Bei der 1, wo haben wir es? 1,42,6 in diesem Bereich. Wir haben untergeordnet mittlerweile einen bestehenden Abwärtstrend, der hier die korrektive Phase entsprechend auch mit einleitet. Sie sehen es, er ist korrigiert, setzt sich jetzt fort. Also hier ist die Idee vom Prinzip, wenn die Korrektur sich fortsetzt, ein Stück der Korrektur auch mitzunehmen. Was sind hier im Chartverlauf wichtige Punkte? Also der nächste hier, die wichtige Unterstützung liegt in diesem Bereich um die 1,42,6. Und dann ist es natürlich auch immer zu sehen, wo liegen denn die entsprechenden Korrekturtiefs dieses Aufwärtstrends? Die können auch ohne weiteres angelaufen werden. Der nächste Punkt hier, ohne diesen großen, dieses große Bild hier, diese starke Bewegung. Um die letzte kaputt zu machen, könnte der Markt erstmal ohne weiteres auch bis hier runterlaufen in die 1,42,4,0,7 unten in diesem Bereich rein. Das wäre dann vom Prinzip her eine sehr tiefe Korrektur dieser Bewegung hier, die gedauert hat von 1,42,2,9 bis 1,43,7,6,8. Bricht der Markt diese Marke ebenfalls nach unten, dann ist dieser Aufwärtstrend auch beendet. Dann könnte es durchaus deutlich tiefer nach unten gehen. Also im Tagestand auch eine tiefere Korrektur einleiten. Das ist dann aber in Zukunft zu sehen, wo der Markt hinläuft. Bei diesen Gegentrend-Trades ist es wichtig, dass man das Risiko stark unter Kontrolle hält und die Gewinnziele nicht zu weit weglegt. Weil der Markt kann bei wieder erneut auftretender Käuferseite sehr, sehr schnell mit nach oben traden. Das für die Handelsidee im Cable, meine lieben Zuschauer. Und das sind die Dinge, die für mich heute interessant sind. Ich hoffe, die Ausführungen haben Ihnen gefallen, helfen Ihnen den Fokus auf wichtige Sachverhalte auch zu setzen. Wenn Sie sich das Video im Nachgang anschauen, vielleicht auch auf dem YouTube-Kanal, vergessen Sie nicht, geben Sie uns ein Like, wenn es gefallen hat. Und abonnieren Sie den YouTube-Kanal, damit Sie hier auch nichts verpassen. Bekommen Sie automatisch auch die Informationen, wann das nächste Video eingestellt ist. Und Sie verpassen an dieser Stelle nicht. Ich danke nochmal für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wirklich tollen Handelstag. Und wir sehen uns dann morgen früh gegen 9 Uhr an dieser Stelle live in Facebook wieder, wenn Sie mögen, dann später auch in der Aufzeichnung. Und all diejenigen, die den Blog-Eintrag lesen möchten, so gegen 8 Uhr steht er meistens auf der Website von Tickmill zur Verfügung. Also hier auch einfach nachschauen. Die Blog-Einträge können Sie natürlich auch neben der Seite von Tickmill auf investing.com und FX Street lesen. Also auch dort herzlich willkommen an die Zuschauer dieser Videos. In diesem Sinne, einen tollen Tag und bis morgen. Ihr Mike Seidel